Das Burgenland dürfte das Ziel, eine Impfquote von 80 Prozent bei der impfbaren Bevölkerung bis 11. November erreichen und dann nicht nur wie angekündigt die Impflotterie ausspielen, sondern auch Lockerungsschritte setzen. Wie diese genau aussehen, ist noch offen. Man werde sich mit Experten des Bundes absprechen, erklärt Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil am Freitag bei einer Pressekonferenz in Oberwart. Dabei wird auch Bilanz über den Einsatz in den BITS, den burgenländischen Impf- und Testzentren, gezogen. Ende des Sommers sei noch intensiv über die vierte Infektionswelle diskutiert worden. Im Burgenland gäbe es aber derzeit keine Corona-Patienten auf der Intensivstation. Zum jetzigen Zeitpunkt können wir eine positive Bilanz ziehen. Der im Burgenland eingeschlagene Weg funktioniere. Die Maßnahmen werden von der Bevölkerung mitgetragen, so Doskozil. Für das Ziel, bis zum Landesfeiertag am 11. November 10.000 zusätzliche Impfungen zu erreichen, fehlen aktuell noch rund 2.400 Stiche. Man werde das Ziel jedenfalls erreichen und die Lotterie wird stattfinden, betont Doskozil. Was danach im Burgenland umgesetzt wird, soll mit Experten des Bundes diskutiert werden. Der Landeshauptmann meint jedoch, dass Lockerungsschritte in Etappen kommen könnten und über die Maskenpflicht zu reden sei. Wir wollen spürbare Lockerungen realisieren. Die Zahlen geben uns recht und zeigen, dass der Weg richtig ist. Die Menschen müssen auch spüren, dass sie das Richtige gemacht haben, sagt er. Neben dem Impfen sei das Testen der zweite wichtige Faktor, denn es gebe Impfdurchbrüche und auch vollständig Immunisierte können sich selbst und andere mit Corona anstecken. Was den Corona-Bonus des Bundes betrifft, der nun im Dezember ausbezahlt werden soll, meint der Landeshauptmann, er habe davon aus den Medien erfahren. Das Burgenland habe früher reagiert und jenen, die in Spitälern täglich in Kontakt mit Corona-Kranken kommen, bereits Zulagen ausgezahlt. Dies sei eine Wertschätzung für eine Personengruppe, die mit höherem Risiko konfrontiert sei. Die sieben burgenländischen Impf- und Testzentren, kurz BITS, sind per 30. September geschlossen und von neuen Impf- und Testangeboten abgelöst worden. Der Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil bedankt sich im Rahmen der Pressekonferenz beim Bundesheer, dem Samariterbund und dem Roten Kreuz, sowie der Sozialen Dienst Burgenland GmbH, die an der Umsetzung beteiligt gewesen sind. Seit der Inbetriebnahme im Jänner 2021 sind dort über eine Million Antigen-Schnelltests und rund 38.000 PCR-Tests durchgeführt worden. Fast 153.000 Covid-19-Schutzimpfungen hat es gegeben. An manchen Tagen sind mehr als 7.000 Personen getestet und an jedem Impfwochenende bis zu 8.000 geimpft worden. Das Rote Kreuz berichtet etwa von 85.000 Arbeitsstunden, das Bundesheer von 115.000 Personenstunden. Außerdem haben die Soldaten 540.000 Testkits an die Einsatzorte transportiert. Im Oktober finden nun an allen Bezirkshauptmannschaften Impfsontage ohne Anmeldung statt, und zwar am 17., dem 24. und dem 31. Dort gibt es dann auch die Möglichkeit für Auffrischungsimpfungen ohne Anmeldung. Im November wird in Zusammenarbeit mit der Bildungsdirektion zusätzlich an Schulen geimpft, und zwar durch Ärzte oder die mobilen Impfteams.